So. So, Testaufnahme. Testaufnahme. Ja, Testaufnahme. Die wie ein paar andere wahrscheinlich auch nicht online geht, weil wieder irgendwas nicht stimmt. Ja, ich denke mal, diesmal auch, wenn sie scheiße läuft. Egal. Ja, aber nicht, wenn du mich wieder doppelt hörst, dann nach dem Aufnehmen. Ist doch kacke. Nee, diesmal höre ich dich nicht doppelt, das hatte ich ja vorher schon nachgeguckt gehabt. Ja, man weiß nicht, ne, dass wir jetzt mal hier... Das... Au, 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 au. Ich gehe ja schon weg. Ich gehe ja schon weg, bevor sie mir noch aufspießt. Moment. Ha? Jetzt einfach nach vorne. Na siehste, geht doch. Ich wollt grad sagen, was machst du denn? Du musst doch drücken! Ich drück doch. Aber mach dich in die Hose dabei. Entschuldigung. Tschau! Die lässt nicht los, die blöde Kuh. Ich hab grad gedacht, da pfeilt mir jemand hinterher, dabei sind das hier Vögel. Ich möchte wegschossen werden, ich möchte wegschossen werden. Ja! Tschüss! Wir drüben. Aber voll Karacho. Also ab und zu mal, ab und zu mal höre ich mich, aber nur, wenn ich ganz schön laut bin. Aber selten. Ich höre dich nicht doppelt so was. Ich höre mich selbst. Ja, solange es meine Aufnahmen nicht so ist. Etwas leiser, aber wenn ich etwas wenn ich etwas lauter rede, dann höre ich mich ganz leise und kurz. Hui! Erstmal den Boden knutschen. Au! Au! Hey! Wie?! Niedergerenkt! Ich bin total verrengt! Wilk! Hör! 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 Ich arme Stink. Meine Haare. Aua. Aua. Und jetzt. Aber wenn wir schon mal hier sind und das so ein bisschen testen, dir fehlt ja glaube ich noch irgendwie dieser Erfolg von der Schmiede bis zur Gasse irgendwie, ohne den Boden zu berühren oder so? Das würde ich schon niemals schaffen. Ich habe es geschafft, das ist ganz einfach. Du bist ja nicht so selten dämlich, wie ich jetzt zum Beispiel. Ach, du musst dich einfach nur festhalten und mit der letzten Laterne irgendwie um die Ecke gehen. Irgendwie funktioniert das. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Jetzt. Ich wehre mich jetzt einfach gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Wie das auch wusste. Wie ein Fisch, wie ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Ein stinkender Lachs. Oh, Dankeschön. Oh. Lass mich. Nein, nein. Guck mal jetzt. Wir haben den Karren kaputt gemacht. Und du? Toll. Hast du gut gemacht. Ja, ne? Okay, das geht schon mal. Ja, Moment. Jawohl. Er steht wieder. Wieder eins. Das arme Ding. Was? Es wird voll vergewaltigt hier. Ah ja, steht wieder eins. Das muss man machen. Jetzt, aua, jetzt lass ihn doch mal stehen. Es war außerdem gepasiert. Das war keine gute Idee. Was war das denn gerade bei dir? So in zwei Lübe umfallen? Toll. Du bist so doof, um da hochzukommen. Und dann willst du von mir, dass ich da, dass ich das mit diesen blöden Ding in erschaffe, wenn ich dann mal hier hochkomme. Ja, ich kann es ja auch machen. Ja, bringt doch nichts. Das zählt doch sowieso für alle. Nein. Äh, doch. Nein. Natürlich, sonst hätte das für dich nicht gezählt, wo ich die Glocke geläutet habe. Okay. Außer sie haben es inzwischen entfernt. Muss mal gucken. Versuch es einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich es dir rüberkomme. Okay, ich habe, ich habe den, äh, Türdance erfunden. Jetzt gibt es nicht nur Table Dance, jetzt gibt es auch Türdance. So. Was, was machst du denn da? Abhängen. Ich chill mein Leben gerade. Alter, jetzt. Das blöde Ding jetzt. What the fuck, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal stehen. Hm. So, jetzt so. Schön vorsichtig. Ach, warte mal. War hier, war hier nicht irgendwie ein Hubbel gewesen? Nein. Sicher? Ja. Oder, oder ist das bei dem anderen? Dann ist das bei dem Größeren. Ich glaube, das ist bei dem Größeren. So, dann schauen wir mal. Benna, ciao, Benna, ciao, Benna, ciao, ciao, ciao. Ui. War sie ohne loszulassen? Also ohne loszulassen? Ja, 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 das ist, das ist, das ist, das kommt jetzt noch nicht, das kommt erst da drüben. Achso. Das kommt erst bei dem da. Ja. Ui. So. Geht doch hoch. Hallo, wiegst du deinen Arsch mal nach oben? So, jetzt aber. Ui. Tada. Hast du? Nein. Ups. Ich denke mal, ich muss es selbst machen. Dann versuch einfach. Zu spät. Du kannst doch trotzdem, du kannst doch trotzdem nochmal, du gehst hier drauf und kannst dich trotzdem einfach an die Lampe stehen und dann einfach festhalten und um die Ecke, um die Ecke da drüben und dann da drüben aufs Dach. Genau so. Genau so. So habe ich das gemeint. Okay, es kann sein, dass das etwas zu weit weg ist vielleicht, ich weiß nicht. Nö, du kommst noch dran. Guck und dann einfach so. Um die Kuh. Ja, würdest du mal mit deinem dicken Hintern? Danke. Ach shit, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Komm. Komm. Pop es hoch. Also gut. Genau, so macht man es nicht. Entschuldigung, liebe Leute, dass ich meinen altbekannten Trick wieder machen muss. Hoch da. So. Und zurück auf. Nö. Ich habe irgendwie gerade nicht sonderlich viel Platz da zu schaukeln. Du sollst dich nicht da unten festhalten. Also bei mir hat mir nichts gezählt. Egal, was ich mache. Komm jetzt jemand? Nein. Hast du den Erfolg vielleicht schon? Weil so wird er eigentlich gemacht. Guck mal bitte. Moment. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, mein Herz. Soll ich mich bei dir? Ich weiß ja gar nicht, wo ich halt hinten muss. Ja, hier auf das Haus hier hättest du eigentlich drauf gemacht. Während du an dieser Lampe hängst. Das funktioniert, glaub mir. Ich habe das jetzt schon zweimal gemacht und das hat beide Male hat das funktioniert. Ich kann es auch gerne nochmal. Nein, lass mich mal. Muss ich dran drauf stehen oder heißt es, wenn ich mich drauf hochhange? Du musst dich einfach nur dran festhalten und dann auf zu dem Haus drüben. Hauptsache du fällst hier nicht runter dann. Genau so um die Kurve zu dem Haus und dann, ja halt drauf natürlich, ne? Aber so funktioniert das. Ja, das so wird das gemacht. Deswegen, falls du es nicht gesehen hast, aber diese Stange da oben, wo das Ding dranhängt, das dreht sich um die Kurve, das dreht sich mit. Das ist beweglich. Vielleicht funktioniert es auch jetzt nicht mehr, weil wir ja jetzt logischerweise hier auf dem Boden waren. Ja, genau so musst du das machen. Nur hast du den Vorteil, wenn du von vorne, wenn du von der richtigen Seite kommst, dass du halt oben dranhängst und da halt dich so hoch schwingen kannst, ohne dass du hochschwingst. Aber ich hätte keine Erfahrung bekommen. Sollen wir es nochmal versuchen? Nein? Okay. Ich könnte allerdings, warte mal, wenn ich den Kontrollpunkt lade, wo kommen wir raus? Okay, kommen wir eh hier raus. Entschuldigung. Was machst du schon wieder? Nicht runterschmeißen. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Tanz, du Puppe, tanz! Tanz, du Puppe, tanz! Tudududududududu. Au. Was zum Geier. Tschö! Ich will das mit der Stange machen. Schnell, 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 lauf, 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 lauf. Die Schubs. Jetzt steh doch mal auf. Ist meine Stange? Dankeschön! Was geht denn jetzt ab hier? Da kam oben die Stange. Oh Mann. Sollte eigentlich nur ein Test sein. Der Kampf um die Stange. Steh auf! Nein! Weeeee! Toll! Jetzt bin ich hier. Hallo! Versuchst du immer noch das zu können? Ja, irgendwie. Ich bin ein Pendel. Ein Pendel. Ich bin ein Pendel. Ein Pendel. Tschüss! Ein Pendel. Komm hoch mit deinem dicke Arsch. Ja, ja, ja! Oder so rum? Nee. Warte mal, ich helfe dir mal. Ich helfe dir mal. Scheiße, jetzt habe ich dich. Ich helfe dir mal. Ja, toll. Na? Ja. Drück dich mal hoch. Wie ist das aus? Ach komm. Und tschüss. Geht dir was. Oh... Oh genre. Wuuup! Schlii! Huuu! Ähm, ja. Oroch! Oroch. Komm, komm, schon! Schwing doch bald dein beides Bein über deinem... Jetzt aussieht wie dieses Haus, aber... die hier voll den Boden knutscht. Uff. Nein. Und jetzt kommt... Ja, ja! Schwing doch mal dein Arsch über deine... Ach, na endlich. Ei! Oh Mann. So. Langtierhalstest, oder? Ja, das reicht. So, dann sehen wir uns gleich in der richtigen Aufnahme oder beim nächsten Test. Jo. Tschüss. Tschüss.